Hey Leute, ich werde heute mal etwas anderes probieren als sonst. Und zwar überlege ich mir schon seit einiger Zeit, was ich mit diesem Kanal eigentlich machen möchte, was ich für sinnvoll halte. Zum einen will ich immer noch quasi mit einem Finger auf so Videos wie die vom Volkslehrer oder Martin Sellner zeigen und auf das aufmerksam machen, was dort passiert. Andererseits finde ich es dabei schade, dass dadurch diese Leute, die ich behandle, die Talking Points, die politischen Themen bestimmen, über die ich reden kann. Und meistens sind das halt keine echten politischen Themen. In einem Kommentar unter meinem Volkslehrer-Video wurde geschrieben, so viel Linksextremismus ist unerträglich, was mich echt sprachlos gemacht hat. Weil meines Erachtens habe ich noch kein einziges Mal in meinen Videos irgendetwas zu linker Politik gesagt, sondern nur eine ganz einfache antifaschistische Stellung bezogen. Deswegen dachte ich, zur Abwechslung will ich mal über richtige linke Politik reden. Über ein Thema, was ich bestimme. Und zwar Enteignung. Ihr habt bestimmt schon mal von dem Immobilienkonzern Deutsche Wohnen gehört. Denen gehören hier in Berlin 111.000 Wohnungen. Davon waren 95.000 zu einem Zeitpunkt mal Landeseigentum. Sozialwohnungen der Wohnungsgesellschaften GHG oder GSW, die in den letzten 20 Jahren privatisiert wurden. Seit dieser Privatisierung hat die Deutsche Wohnen als größter privater Vermieter eine klare Machtposition im Berliner Wohnungsmarkt, die sie offensichtlich zu ihrem Gunsten ausnutzen. Wenn ihr mal was von denen mitkriegt, dann ist das garantiert negativ. Von Protesten gegen ihren Mietenwahnsinn bis zu ihrer Klage vor dem Berliner Mietspiegel. Äh, außer ihr seid Aktionäre. Dann sind das für euch natürlich alles erfreuliche Nachrichten. So hat die Deutsche Wohnen beispielsweise 2011 nur 16,4 Millionen Euro an Aktionäre ausgeschüttet. Und 2017 waren es dann aber plötzlich 262,4 Millionen Euro. Ähm, also eine krasse Steigerung. Aber wie genau haben sie das erreicht? Und dafür zeige ich euch jetzt mal einen Clip von Spiegel TV. Und das tut mir leid, aber der hilft tatsächlich sehr gut, um diese wirklich krassen Umstände kurz darzustellen. Deutsche Wohnen heißt Berlins größter Immobilienkonzern. Doch von Wohnen kann hier keine Rede sein. Von Durchhalten schon eher. Dann habe ich mit einem Messbecher immer Wasser rausgeschöpft und habe mich damit bekippt. Die Mieter ebenso hilflos wie machtlos. Vier Monate steht dieser abgebaute Heizkörper in meinem Schlafzimmer. Und irgendwann mal im Januar kommt jemand, wir sollen eh den Heizkörper wieder anbauen. Kalt lässt das niemanden. Das hat für mich ein System. Ich bin der Meinung, die wollen eine andere Klientel reinhaben. Verfallsdatum überschritten. In der Zentrale der Deutschen Wohnen AG häufen sich die Klagen der Mieter. 160.000 Wohnungen besitzt der Immobiliengigant. Im Internet gibt man sich sozial. Durch nachhaltigen Neubau und die Weiterentwicklung unseres Bestandes entwickeln wir lebendige und funktionierende Quartiere. Doch nachhaltig ist vor allem der Erlös. 2015 machte das Aktienunternehmen 1,2 Milliarden Euro Umsatz. In die Instandhaltung der Objekte flossen dagegen nur 86 Millionen. Warum, wird im Geschäftsbericht klar. Der Fokus der Bewirtschaftung liegt auf Optimierung der Mieterlöse. Daher werden im Rahmen der baulichen Unterhaltung laufend mögliche Maßnahmen mit Mietsteigerungspotenzial geprüft, Mieterwechsel für Wertsteigerung genutzt. Geschäftsmethoden, die auch im Berliner Senat für Unmut sorgen. Die Deutsche Wohnen ist eine Aktiengesellschaft und die Aktionäre wollen natürlich möglichst höhere Ausschüttungen haben. Sie wollen sozusagen einfach, ihr Kapital soll sich rentieren. Und wenn man dann zum Beispiel Instandhaltungen auf ein Minimum begrenzt, weil die ja in der Tendenz nicht mietsteigernd wirken, weil sie dürfen ja nicht umgelegt werden auf die Miete, dann ist das natürlich ertragsfördernd. Es gab dieses Jahr dazu auch einen Bericht des Deutschlandfonds, wo mit betroffenen MieterInnen der Deutsche Wohnen gesprochen wurde. Ein paar Wochen, nachdem sie Post von ihrem Vermieter bekommen hatten. Eine Modernisierungsankündigung, die für sie eine erhebliche Mietsteigerung bedeutet. So wie es in Deutsche Wohnen vorgesehen ist, akzeptieren wir es. Wir stellen es in Frage, wer die Ziele dafür zu bezahlen hat, wenn wir zum Beispiel feststellen, dass sehr viele Posten in der Modernisierungsankündigung als Modernisierungsmaßnahmen deklariert werden, aber eigentlich in Standsetzungsarbeiten sind. Instandsetzung oder Modernisierung, das ist nämlich die Frage. Dass an dem 15-stöckigen Bau aus den 60er Jahren etwas gemacht werden muss, da sind sich alle hier am Tisch einig. Es wurde seit Jahrzehnten nichts mehr gemacht, was der Rede wert wäre. Die überwiegenden Fenster in diesem Haus sind absolut marode. Die sind aus dem Baujahr 65. Die sind noch zwei Teilefenster, die sind undicht, da weht der Wind durch. In die Flure weht und regnet es hinein, in den Decken sei schon vor Jahren Asbest gefunden worden, erzählt Peter. Für alle hier steht fest, das Haus muss saniert, nicht modernisiert werden. Der entscheidende Unterschied, bei einer Modernisierung trägt der Mieter anteilig die Kosten über eine monatliche Erhöhung der Kaltmiete. Bis Ende 2018 maximal 11 Prozent. Nach einer Gesetzesänderung nun maximal 8 Prozent der Modernisierungskosten. Wird eine Immobilie dagegen instand gesetzt, muss das allein der Eigentümer bezahlen. Ja, wie schon in dem Clip erwähnt, ist dieser Unterschied zwischen Instandhaltung und Modernisierung der Kern der Strategie der Deutschen Wohnen. Wo landeseigene Berliner Unternehmen zwischen 2013 und 2017 im Schnitt zwischen 17 und 19 Euro je Quadratmeter für die Instandhaltung ausgaben, investierte das private Unternehmen Deutsche Wohnen wohl nur etwa zwischen 9 und 10 Euro. Also ungefähr die Hälfte. Und das ist ja keine neue Strategie und das macht ja nicht nur die Deutsche Wohnen. dass wichtige Instandhaltungsmaßnahmen vernachlässigt werden, sondern stattdessen in große Modernisierung investiert wird, um die Wohnung danach für deutlich mehr Geld neu zu vermieten, selbst nachdem die Modernisierungskosten schon abbezahlt wurden. So wird Verdrängung und Gentrifizierung 101 betrieben. Das ist schon lange ein Problem und wir wissen, dass es ein Problem ist. Trotzdem wird immer noch wenig dagegen unternommen. Nur gerade ist das wieder ein besonders aktuelles Thema, denn die Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen stößt gerade auf breite Zustimmung in der Berliner Gesellschaft und hat jetzt plötzlich nach dem Umfragen Anfang des Jahres eine leichte Mehrheit für die Enteignung von Großvermietern beweisen konnte, die Option der Enteignung, was erst nach einer sozialistischen Träumerei klingt, zu einem ernsthaften Thema in der Landespolitik gemacht. Also, worum genau geht es bei dieser Initiative? Die Kampagne ist im Zusammenschluss von mehreren Gruppen, Mieterinitiativen, Einzelpersonen, politische Gruppen, die sich zum Ziel gesetzt hat, Großkonzerne im Immobilienbereich in Berlin in öffentliche Hand zu überführen, also zu vergesellschaften nach Artikel 15 des Grundgesetzes. Artikel 15 des Grundgesetzes sagt, dass unter anderem Grund und Boden und die damit verbundenen Häuser in öffentliches Eigentum, in Gemeineigentum überprüft werden können und gemeinwirtschaftlich bewirtschaftet werden können. Das ist ein schlafender Artikel, ist noch nie angewendet worden, ist aber im Grundgesetz vorhanden. Also in Berlin gibt es ja jetzt schon seit ein paar Jahren eine ziemlich starke Vernetzung von MieterInnen der Deutsche Wohnen. Da haben sich ja in den letzten Jahren viele Initiativen gegründet in Häusern und Siedlungen, die immer wieder Probleme mit der Deutschen Wohnen hatten, sei es aufgrund von energetischen Modernisierungen, die die Mieten total in die Höhe treiben, weil die Deutsche Wohnen die Kosten auf die MieterInnen umlegt oder einfach unterlassene Instandhaltung, jeden Winter haben wir die Schlagzeilen, Heizungen funktionieren nicht, Schimmel in den Wohnungen. Solche MieterInnen, die sich da zusammengetan haben, sind auch Teil unserer Kampagne, mit denen zusammen und auch anderen Initiativen und auch politischen Gruppen haben wir uns zusammengetan und gesagt, lasst uns mal überlegen, wie man so einen Volksentscheid gestalten kann. Also Deutsche Wohnen ist der größte private Vermieter mit 110.000 Wohnungen in Berlin und ist vielleicht nicht mal der schlimmste Vermieter, aber ist der größte unter den Schlimmen und hat natürlich aufgrund dieser Größe auch eine Marktmacht, die auf die anderen Wohnungen außerhalb des eigenen Bestandes ausstrahlt. Die Initiatoren berufen sich auf diese rechtliche Grundlage aus dem Grundgesetz und der Verfassung von Berlin und argumentieren, dass die Deutsche Wohnen ihre Machtposition ausgenutzt hat, um Mietpreise immer mehr in die Höhe zu treiben. Sie beschreiben das Ausquetschen der Mieterschaft als elementaren Bestandteil der Geschäftsstrategie der Deutsche Wohnen, die ihren Aktionären hohe Gewinne versprochen haben und Appelle an das soziale Gewissen sowie Versuche der Einschränkung der Spekulation durch den Senat bislang ignoriert haben. Sie sagen, Wohnen ist ein Grundbedürfnis, eine Bedrohung der Wohnung ist eine Bedrohung der Menschenwürde. Deshalb sollen die Deutsche Wohnen und alle privaten Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen verwalten, gegen eine Entschädigung vergesellschaftet werden. Mehr zum genauen Vorhaben, wie das ablaufen soll, sage ich dann später. Inzwischen wird die Initiative sogar offen von den linken und grünen Koalitionspartnern im Berliner Senat unterstützt. Michael Müller, der regierende Bürgermeister, äußert sich allerdings noch sehr vorsichtig dazu. Er sagte zuletzt, dass diese Enteignung ein, Zitat, kompliziertes Verfahren mit juristischen und finanziellen Risiken sei. Und, Zitat, das ist der dritte, vierte oder fünfte Schritt für ihn. Lieber will er erst versuchen, ein paar der ehemals landeseigenen Wohnungen der GSW von der Deutschen Wohnen zurückzukaufen. Währenddessen kommt aber schon starke Kritik aus der Opposition und der Wirtschaft. Der baupolitische Sprecher der Berliner CDU sagte zuletzt, diese Initiative wäre, Zitat, purer Populismus und würde vom eigentlichen Problem des Wohnungsmangels nur ablenken. Also, schauen wir uns das mal genauer an. Wie sinnvoll ist eine Enteignung auf diesem Level? Wie notwendig ist das wirklich? Und wie radikal wäre das? Ist das wirklich nur populistischer Unsinn? Okay, erstens, was ist das Problem? Zunächst müssen wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte des Berliner Wohnungsmarktes machen, um das jetzige Problem ganz zu verstehen. Vorneweg, das offensichtliche, Berlin wächst derzeit um etwa 40.000 bis 50.000 Leute pro Jahr und ich bin zugegebenermaßen Teil des Problems, weil ich bin auch zugezogen. Das nur so vorweg. In Berlin fehlen laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung vom letzten Jahr etwa 310.000 bezahlbare Wohnungen. Insgesamt in allen 77 deutschen Großständen sind es 1,9 Millionen. Bezahlbar wäre laut der Studie eine Warmmiete, die nicht über 30% des Einkommens eines Haushalts liegt. Weil aber wegen Wohnungsnot immer mehr Leute über 30% ausgeben müssen, sind von diesen 1,9 Millionen Haushalten insgesamt 1,5 Millionen armutsgefährdet. Und noch krasser ist, dass diese Zahlen sich auf einen Zensus von 2014 stützen und dieser Trend seitdem noch um einige schlimmer geworden ist. Für 2018 wurde zudem vom Deutschen Mieterbund ein durchschnittlicher Mietanstieg von 5% prognostiziert, während deutsche Gehälter im Durchschnitt nur um 0 bis 2% wachsen. Und außerdem zeigen aktuelle Studien zur Umsetzung der Mietpreisbremse, dass in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt zwischen 67 und 95% der aktuellen Neuvermietungsangebote die dort festgelegten Höchstgrenzen ungestraft ignorieren und überschreiten. Diese Entwicklung betrifft natürlich alle Großstädte Deutschlands. Ich will mich für dieses Video aber vor allem auf die besorgniserregende Situation in Berlin beziehen. Ihr seht ja anhand dieser Tabelle, dass dort mit Abstand am meisten bezahlbare Wohnungen fehlen. Also, was ist da konkret passiert? Schauen wir uns mal die Geschichte des Berliner Wohnungsmarkts an. Und da sah es eigentlich über lange Zeit, was bezahlbare Wohnungen angeht, sehr gut aus. Zwischen 1961 und 1990 wurden fast 90% aller neu gebauten Wohnungen Berlins mit öffentlichen Fördergeldern als sozialer Wohnungsbau errichtet. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum etwa 350.000 Sozialwohnungen über den sogenannten Ersten Förderweg gebaut. 1990 gab es dann schließlich fast 500.000 landeseigene Wohnungen mit fester Mietpreisbindung und sogenannter Zweckbindung, die von 20 städtischen Wohnungsbaugesellschaften verwaltet wurden. Das waren damals 28% des Berliner Wohnungsmarkts. Dann passierte aber vieles auf einmal und bis 2005 hatten sich die kommunalen Wohnungsbestände plötzlich knapp um die Hälfte reduziert. 209.000 Wohnungen sind in den 15 Jahren privatisiert worden. Anfang 2016 waren von den fast 500.000 nur noch 116.000 übrig. Inzwischen sind auch von den 20 städtischen Wohnungsbaugesellschaften von damals nur noch sechs Stück übrig. Die Bestände wurden nach und nach alle verkauft. Okay, woran liegt das? Was ist da passiert? Die kurze Antwort ist natürlich wie bei so vielem, dass die neoliberale Politik von CDU und SPD der 90er und frühen 2000er, mit deren Folgen wir uns immer noch herumschlagen, schuld ist. Einerseits würden bestimmt Menschen argumentieren, dass diese Privatisierung gut für den Schuldenabbau und wichtig für den Berliner Haushalt war. Aber andererseits haben wir halt gleichzeitig so Erkenntnisse aus der Zeit der CDU-Parteispenden-Affären, wo zum Beispiel der Immobilienkonzern WCM 112.000 Wohnungen der gerade privatisierten Deutschen Bahn gekauft hat und gleichzeitig aber eine Rekordspende von über 3 Millionen D-Mark an die CDU überwiesen hat. Ja, soll wohl keinen Zusammenhang gegeben haben. War nur blödes Timing. Also das überrascht euch ja bestimmt nicht zu hören, dass sich in diesen großen Privatisierungsverkäufen beteiligte Entscheidungsträger persönlich bereichert haben. Aber bleiben wir bei der Sache. Wenn ich von Wohnungsprivatisierung rede, dann meine ich zum einen den Bestandsverkauf einzelner Sozialwohnungen, aber auch Anteilsverkäufe kommunaler Geschäftsbeteiligungen. Und ganz konkret wurde diese weitreichende Privatisierung in folgenden Schritten ermöglicht. Anfangen müssen wir natürlich mit der Wiedervereinigung. Zuerst wurden die Wohnungsbaugesellschaften der ehemaligen DDR zum Verkauf von 15 Prozent ihres Bestandes gezwungen, um sogenannte Altschulden zu begleichen. Diese Altschulden sind natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber das Argument hat so gut funktioniert, dass dieser Verkauf von 15 Prozent glatt ablief. Und weil das so gut lief, wurden daraufhin auch Westberliner Wohnungsbaugesellschaften ohne Altschulden gebeten, 15 Prozent abzugeben, weil das scheinbar sonst unfair gewesen wäre. Ja, also damit wurden erstmal über 70.000 Wohnungen auf den freien Markt gebracht, wo das Interesse an der wachsenden, wiedervereinten Stadt natürlich gerade sehr groß war. Das war der erste große Impuls, das erste Anzeichen, dass sich grundlegend und sehr plötzlich vieles im Wohnungsbestand verändern sollte. Was den nächsten großen Privatisierungsschritt angeht, argumentiert eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dass die Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz oder WGG eine große Rolle spielte. Das WGG gab es nämlich schon seit 1940. Für den Wiederaufbau nach dem Krieg war das vor allem sehr wichtig und wurde dann 1990 plötzlich aufgehoben. Mit dem Gesetz verpflichteten sich damals gemeinnützige Wohnungsunternehmen zum Beispiel dazu, für wohnungswirtschaftliche Leistung keinen höheren Preis zu beanspruchen als für die Deckung der Kosten notwendig und sich auch auf eine Gewinnbeteiligung von maximal vier Prozent ihrer Kapitaleinlage zu beschränken, die sogenannte Ausschüttungsbegrenzung. Außerdem war das ganze Vermögen der Firma an diesen gemeinnützigen Zweck gebunden. Es sollte also nur in Wohnungsbau und Erhaltung investiert werden. Im Gegenzug dafür wurden diese Firmen von der Körperschaftsgewerbe- und Vermögensteuer befreit, um sicherzugehen, dass sie weiterhin finanziell gut aufgestellt blieben. Nach der Aufhebung dieses Gesetzes durch die damalige CDU- und FDP-Regierung und der Liberalisierung der Finanzmärkte in den 90ern stand natürlich dem Verkauf von Anteilen der städtischen Wohnungsunternehmen und der weiteren Gewinnoptimierung ohne soziale Zweckbindung nichts mehr im Weg. André Holm, der auch bei der Studie mitgewirkt hat, gerade auch den Senat in der Stadtplanung berät und der zu dem Thema wirklich schon sehr viel geschrieben hat, redet von einem neuen Typ der Wohnungsmarktökonomie, der in dieser Zeit der Privatisierung entstanden ist. Weg von der Verwaltung und hin zu der Verwertung von Wohnungen, dass Wohnungen als Investment gesehen werden. Ich zitiere mal aus der Studie. Die Aufhebung der Ausschüttungsbegrenzung, das ist das mit den 4%, und die Befreiung aus den Restriktionen der Wohnungsgemeinnützigkeit haben die öffentlichen Wohnungsbestände überhaupt erst in ein handelbares Marktgut verwandelt. Mit der Privatisierung der öffentlichen Wohnungsbestände sind Hunderttausende Wohnungen, die früher den Regeln der Gemeinnützigkeit unterlagen, in die Wirtschaftung von institutionellen Anlegern und renditeorientierten Wohnungsunternehmen gelangt. Dies hat nicht nur zu einer Verschlechterung der Wohnsituation und steigendem Mietdruck geführt, sondern hatte durch die Reduzierung der öffentlichen Wohnungsbestände zudem eine deutliche Einschränkung der Landes- und kommunalpolitischen Handlungsspielräume zufolge. Dazu kommt noch, dass direkt nach der Aufhebung des Gesetzes auch zu beobachten war, wie immer weniger staatliches Fördergeld in den Bau von gemeinnützigen Wohnungen floss. Von 1989 auf 1990 halbierten sich die deutschlandweiten Ausgaben von ungerechnet zwei Milliarden auf eine Milliarde Euro. 2005 waren es dann nur noch 0,8 Milliarden. Und in Berlin war 2002 zu Beginn der strengen Spar- und Haushaltspolitik von Thilo Sarrazin sogar schon der Punkt erreicht, wo der Bau und die Instandhaltung von neuen Sozialwohnungen nach dem sogenannten ersten Förderweg ganz eingestellt wurde. Erst seit 2014, nach zwölf Jahren, wird der Bau von Sozialwohnungen wieder gefördert. Denn mit der Abschaffung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes sind den Städten und den Kommunen die wichtigsten Abnehmer für den Bau und die Verwaltung von Sozialwohnungen abhandengekommen. Ein börsennotiertes Unternehmen mit Verpflichtungen an ihre Aktionärinnen hat halt keinen Grund, sich auf dieses gemeinnützige Verhältnis mit kleinen Gewinnmargen einzulassen. Aber auch Sozialwohnungen, die mit Fördergeldern schon fertig gebaut wurden, waren von dieser Loslösung von sozialer Bindung nicht sicher. Denn die Mietpreisbindung, zu der sich die Bauunternehmen verpflichtet hatten, gilt laut dem Baugesetz in der Regel gerade nur 15 Jahre und dann kann das Unternehmen mit der Wohnung machen, was sie wollen. Hier ein Zitat von André Holm dazu. Diese haushalts- und wohnungspolitisch katastrophale Verringerung von aufwendig geförderten Wohnungsbeständen ist auf die in Europa einzigartige Konzeption des sozialen Wohnungsbaus als zeitlich begrenzte Lösung zurückzuführen. Statt mit Fördermitteln einen dauerhaft öffentlich-sozialen Wohnungsbestand aufzubauen, waren die Förderprogramme in der BRD immer nur auf eine zeitweilige Mietpreisbindung ausgelegt. Sind die Förderkredite zurückbezahlt, entfallen auch die Mietpreisbindung und die EigentümerInnen können die dann ehemaligen Sozialwohnungen ohne jede Restriktion auf dem Wohnungsmarkt anbieten und vermieten. Zitat Ende. An anderer Stelle benutzt Holm die Bezeichnung soziale Zwischennutzung, die ziemlich treffend ist, finde ich. Dass also selbst erfolgreich geförderte und gebaute Sozialwohnungen nur übergangsweise zweckgebunden sind und dann auch dem Markt zum Opfer fallen können. Gerade fallen wohl deutschlandweit deswegen jedes Jahr um die 100.000 Sozialwohnungen einfach so aus dieser Bindung heraus. Das heißt, wir müssen eigentlich jedes Jahr panisch Sozialwohnungen nachbauen, die dann kurze Zeit später wieder verschwinden und die Situation, die eigentlich bekämpft werden soll, noch aktiv verschlimmern. Und wie Holm schon sagt, ist das in Europa wohl nur in Deutschland so. Erst dieses ganze kaputte System ermöglicht, dass in Berlin zwischen 2006 und 2015 fast 75.000 Mietwohnungen in Eigentum umgewandelt wurden. Oder dass die durchschnittlichen Angebotsmieten zwischen 2009 und 2015 um 63% von 5,74 Euro pro Quadratmeter auf 9,35 Euro pro Quadratmeter erhöht wurden. Und klar, inzwischen wird wieder verstärkt versucht, in den Wohnungsmarkt einzugreifen und das zu regulieren. Und darüber werde ich auch gleich nochmal sprechen. Aber der Schaden, was dann kurzer Zeit in den 90ern und 2000ern alles beschlossen wurde, das kann halt nicht so einfach behoben werden. Ein Beispiel dazu vielleicht noch, was die Teilprivatisierung von städtischen Wohnungen für einen greifbaren Unterschied macht. Das städtische Wohnungsunternehmen Gehag wurde 1924 als gemeinnützige Heimstätten-, Spar- und Bauaktiengesellschaft gegründet und ist zum Beispiel für so Wohnsiedlungen wie die Hufeisensiedlung verantwortlich, die jetzt zum UNESCO-Welterbe gehört. Ganz viele Gebäude von denen stehen heute unter Denkmalschutz. Das sind eigentlich Paradebeispiele für den gemeinnützigen Sozialwohnungsbau Berlins. Die Gehag mit ihren 32.000 Wohnungen wurde 1998 teilprivatisiert. Das Land Berlin behielt nur 25% der Anteile. Und ziemlich schnell hat sich da was verändert. Laut der BZ stieg die Miete in allen Gehag-Wohnungen vom Verkauf bis 2006 umgerechnet durchschnittlich um 31%, verglichen mit dem 10%-Durchschnitt in ganz Berlin. Und in manchen Wohnungen stieg die Miete sogar um 67%. Und ihr dürft gerne raten, welchem börsennotierenden Unternehmen die Gehag jetzt inzwischen gehört. Der Deutsche Wohnen SE. Okay, vorhin meinte ich ja, dass die deutsche Politik inzwischen auf diese Entwicklung reagiert hat oder es zumindest versucht. Und wir sollten uns, bevor wir weiter über Enteignung reden, mal ansehen, was genau schon gemacht wird und warum das vielleicht nicht ausreicht. Und da müssen wir zunächst natürlich über die Mietpreisbremse reden. Die wurde im März 2015 von der Bundesregierung beschlossen und gilt seit dem Juni 2015 auch in Berlin. Das ist grundsätzlich eine gute Sache, dass mit einem konkreten Gesetzentwurf auf die dramatische Situation in deutschen Großstädten reagiert wird. Aber, und das habt ihr ja bestimmt auch alle mitgekriegt, diese Bremse hat bislang kaum funktioniert. Schon als die Bremse beschlossen wurde, gab es laute Kritik von den Oppositionsfraktionen. Karen Lay von der Linken kritisierte zum Beispiel damals schon, dass durch die Ausnahmen für Neubauten und Modernisierung noch mehr Anreize für Luxusbauten geschaffen werden und sich die Situation so sogar noch weiter verschlimmern könnte. Das wurde dann auch 2016 von einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bestätigt, die beobachten konnte, dass die Mieten in Gebieten mit Mietpreisbremse sogar stärker gestiegen sind als zuvor. Dieses Jahr ist daraufhin eine Verschärfung der Bremse in Kraft getreten, aber selbst in der sind immer noch zu viele Schlupflöcher. Die Bremse gilt immer noch nur bei der Wiedervermietung von Altbauten. Nach dem Neubau oder der Modernisierung einer Wohnung gilt die Bremse nicht, obwohl das ja offensichtlich immer noch die Strategien der Gentrifizierung und Verdrängung sind. Und wenn die bestehende Miete vor der Bremse schon über der Preisdeckelung liegt, könnten sich Vermieterinnen auf den Bestandsschutz berufen und damit die zu hohe Miete weiterhin erhalten. Das ist dann quasi das Argument, die Miete war immer schon überdurchschnittlich ungerecht, deswegen darf sie weiterhin so ungerecht bleiben. Und besonders in Berlin hat zum Beispiel eine Untersuchung von 2016 ergeben, dass die Bremse weitestgehend einfach ignoriert wird. Vermieterinnen sollen zum Beispiel mitteilen, wie hoch die Vormiete war, müssen dafür aber keine Belege verweisen und können deshalb den Mietspiegel so künstlich nach oben setzen. Und bei all dem hilft natürlich auch nicht, dass 97% aller Mietrechtprozesse außergerichtlich gelöst werden, dass also diese Verstöße gegen das Mietrecht nicht wirklich vor Gericht geahndet werden. Dadurch entsteht natürlich der Eindruck, dass locker weiter gegen diese Regulierung verstoßen werden kann, ohne dass irgendwelche nennenswerten Strafen verhängt werden. Soviel also zur Mietpreisbremse und zur Hilfe auf Bundesebene. Was genau macht denn der Berliner Senat, um die Situation in Berlin zu verbessern? Und hier müssen wir zuerst über Katrin Lombscheid der Linken, die seit 2016 Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in der derzeitigen rot-rot-grünen Regierung ist, reden. Die wir zu Beginn übrigens schon kurz in dem Spiegel-TV-Clip gesehen haben. Denn aktuell scheint es echt so, als würde sie allein für die schlimme Wohnungslage in Berlin verantwortlich gemacht werden. Jedenfalls kommt das durch die mediale Berichterstattung oft so rüber. Ende Februar hat sogar die CDU-Fraktion einen Missbilligungsantrag gegen sie gestellt, wo sie persönlich angegriffen wurde, der dann zum Glück von rot-rot-grün ziemlich deutlich abgelehnt wurde. Anlass dafür war ein Statement von ihr, wo sie zugab, dass das von ihr angestrebte Ziel von 30.000 neuen Wohnungen in der Legislaturperiode bis 2021 wohl nicht ganz erreicht werden wird. Und das nahm die Opposition natürlich als Anlass, um einen Angriff zu starten und die Schuld an der Wohnsituation abzuwälzen. Hören wir uns mal an, was Christian Gräf, von dem wir vorhin dieses purer Populismus Zitat hatten, das ist der baupolitische Sprecher der CDU-Fraktion, vor der Abstimmung zu dem Missbilligungsantrag zu sagen hatte. Sie haben vereinbart, in Ihrer rot-rot-grünen Koalitionsvereinbarung für diese Legislaturperiode bis zum Jahr 2025 durch Neubau und Ankauf auf mindestens 400.000 Wohnungen kommunalen Bestand zu erhöhen und mindestens 30.000 Neubauwohnungen in den kommenden fünf Jahren bis zum Ende dieser Legislaturperiode zu erreichen. Und meine Damen und Herren, Sie haben jetzt schon verkündet, dass Sie nicht einmal 24.000 Wohnungen schaffen werden. Und die Unternehmen haben Ihnen sogar aufgeschrieben, Ihre eigenen, den öffentlichen Unternehmen, warum Sie das nicht schaffen werden. Auch darauf haben Sie nicht reagiert, meine Damen und Herren. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass ein kleineres, ein mittleres Unternehmen auf der Hälfte der Baustelle, sicherlich einer sehr, sehr großen Baustelle, sagt, tut uns sehr leid. Das werden wir auf gar keinen Fall schaffen. Meine Damen und Herren, das ist eine Bankrotterklärung für diese Stadtentwicklungssenatorin. Okay. Er attackiert die Senatorin jetzt also, weil sie die Ziele nicht erfüllt, die sie mit ihrer Koalition vereinbart hatte. Ich meine, das ist natürlich schlecht, aber es wird ja trotzdem was gemacht. Lomscher meint, von den 30.000 werden 25.000 bis 2021 fertiggestellt und die restlichen 5.000 halt danach. Der Bau dafür wurde ja schon genehmigt. Also das Ziel wird hier schon noch erreicht. Alle 30.000 Wohnungen werden gebaut, aber halt nicht in der Legislaturperiode. Und hierbei von einer, Zitat, Bankrotterklärung zu sprechen, ist echt lächerlich. Denn es ist wichtig zu betonen, dass insgesamt jetzt gerade in Berlin so viele neue Wohnungen fertiggestellt werden, wie seit den 90ern nicht mehr. Hier zum Vergleich eine Tabelle vom Statistischen Bundesamt, wo wir sehen, wie katastrophal der Bau von Wohnungen in den 2000ern eingeschlafen ist und wie die Zahlen jetzt wieder ansteigen. Und wo wir schon die Zahlen vor uns haben, mir ist es lieber, dass ein scheinbar realistisches Ziel wie 30.000 über 5 Jahre knapp verfehlt wird, als so ein komplett unrealistisches Ziel wie das Versprechen der Berliner CDU in ihrem Berliner Wahlprogramm von 2016, wo sie von 30.000 neuen Wohnungen pro Jahr reden. Der Hauptpunkt, der Hauptpunkt, Frau Lomscher, den Sie sich vorwerfen lassen müssen, ist keine Zwischenfragen, bitte. Vielen Dank. Dass die vielen hart arbeitenden Menschen, die morgens aufstehen, ihre Kinder zur Kita oder zur Schule bringen und den ganzen Tag arbeiten, den haben Sie ganz bewusst zuerst Angst gemacht und Sie dann im Stich gelassen, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Das muss sich Frau Lomscher persönlich ankreiden lassen. Sie sind ganz persönlich für steigende Mieten in Berlin verantwortlich. Insbesondere die Berlinerinnen und Berliner spielt es übrigens keine Rolle, ob aus Unvermögen oder aus ideologischen Kalkül, weil Sie Wahlen gewinnen wollen, die nächste und keine Konflikte eingehen müssen. Sie sind verantwortlich für steigende Mieten in dieser Stadt persönlich, Frau Lomscher. Aber Frau Lomscher, zu dieser unzweifelhaft großen Aufgabe, Stadtentwicklungssenatorin der deutschen Hauptstadt zu sein, einer der größten europäischen Metropolen, gehört Können und Leidenschaft, Frau Lomscher, für die Menschen dieser Stadt und für diese Stadt über Parteistrategien hinweg. Und deswegen ist dieser Missbilligungsantrag so richtig und Sie so falsch an dieser Stelle. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es gibt natürlich auch berechtigte Kritik an Frau Lomscher. Vor allem, dass es immer noch unfassbar viele leerstehende Wohnhäuser gibt, wo städtische Wohnungsunternehmen einfach nicht schnell genug nachkommen und dass Genossenschaften vernachlässigt werden. Aber das als ideologisches Kalkül zu bezeichnen, finde ich irreführend. Vor allem, wenn wir als direkten Vergleich die sehr von Ideologie geprägte Politik der Privatisierung der 90er und frühen 2000er haben. Und dann auch noch zu sagen, dass Frau Lomscher aus Unvermögen ohne Können und Leidenschaft persönlich für steigende Mieten verantwortlich sei, ignoriert zum einen die wahre Ursache des Problems, also unter anderem auch die neoliberale CDU-Politik der 90er, aber auch die vielen belegbaren Schritte, die gegen diese Wohnungsnot schon unternommen wurden. Praktischerweise hat die Berliner Linksfraktion im Abgeordnetenhaus erst vor ein paar Wochen eine Halbzeitbilanz veröffentlicht, wo sie all das aufzählen, was sie konkret in der Stadtentwicklung unternommen haben. Und wenn wir uns da mal durchklicken, sehen wir schon, dass vieles versucht wurde, um den immer weiter steigenden Mieten Einhalt zu gebieten. Besonders viel wurde ja zum Beispiel über das häufige Beanspruchen des Vorverkaufsrechts berichtet, wodurch inzwischen fast 4000 Wohnungen, die an private Unternehmen verkauft werden sollten, wieder in öffentliche Hand gebracht wurden. Und auch das Bodensicherungsgesetz zum Beispiel, was die Linksfraktion gerade durchsetzen möchte, soll ermöglichen, mehr Grundstücke zurückzukaufen und das weitere Privatisieren von landeseigenen Arealen zu verbieten. Ihr könnt euch das ja alles mal durchlesen, wenn euch das interessiert. Der Link ist unten in der Box. Und insofern glauben wir, dass das nicht der richtige Weg ist. Herr Regierender Bürgermeister, wir bieten Ihnen, wie Anfang des Jahres mit unserem ersten Antrag zum Masterplan Wohnen ausdrücklich an, ein großes Bündnis an Ihrem Tisch mit allen Parteien, mit allen Partnern der Wohnungswirtschaft und der Bauindustrie zu schmieden. Wir sind dabei gerne dabei. Herrn Greifs großer Vorschlag ist also ein, Zitat, großes Bündnis mit allen Parteien, mit allen Partnern der Wohnungswirtschaft und der Bauindustrie zu schmieden. Was ja toll klingt, aber das Problem ist ja, dass nicht alle Parteien und Akteure in der Wohnungswirtschaft und Bauindustrie die gleichen Interessen, was Sozialwohnungen angeht, haben, sondern halt so viel Profit wie möglich machen wollen. Deswegen sind wir ja in der Situation, dass es nicht genug bezahlbaren Wohnraum gibt. Und so ähnlich klingt auch der Vorschlag des FDP-Fraktionschefs Sebastian Czaja, der einen Mieten-Notfall-Gipfel haben möchte. Was genau da jetzt aber anderes beschlossen werden soll, weiß ich aber auch nicht. Aber Hauptsache ist, dass wir noch keinen Gipfel haben. Das sieht dann bestimmt so aus, als würde man das ernst nehmen. Ich finde übrigens diese Antwort aus der Links-Fraktion auf Herrn Greif später bei der Sitzung ziemlich witzig. Die Menschen werden trotzdem nach Berlin weiterkommen, auch wenn sie versuchen, es zu verhindern. Und sie werden 2021 spätestens jedenfalls den Preis dafür zahlen, dass die Berlinerinnen und Berliner darunter gelitten haben und werden abgelöst. Und Frau Lomscher hoffentlich früher. Dann hat der Kollege Zillig die Möglichkeit zur Erwiderung. Wissen Sie, Inszenierung in der Politik ist ja nötig. Das gestehe ich ja gerne zu. Aber wenn das Verhältnis zwischen Inszenierung und Gehalt sich so weit verändert, dass der Gehalt gegen Null sinkt, dann stimmt doch irgendwas nicht. Das ist doch hier nichts weiter. Sie wiederholen sich. Sie sind redundant. Sie sagen immer wieder das Gleiche. Sie gehen auf kein einziges Argument ein. Nein, nein, nein. Sie versuchen hier durch Lautstärke und durch Inszenierung einen politischen Erfolg zu erringen. Und mit Verlaub bisher hätte er sich nicht eingestellt. Ja, also klar. Dieser Angriff auf Frau Lomscher war komplett durchinszeniert und sollte einfach nur den gerade ziemlich guten Umfragewerten der rot-rot-grünen Koalition schaden. Da wurde ja nichts Konstruktives vorgebracht. Ich will Herrn Gräf jetzt auch nicht vorführen oder so, sondern damit nur zeigen, wie unwillig viele sind, den Kern des Problems, die Privatisierung des Wohnungsmarktes, zu erkennen und zu bekämpfen. Die Linksfraktion und Frau Lomscher haben, würde ich sagen, verstanden, dass sich hier grundsätzlich etwas ändern muss. Weil das ist das, was Herr Gräf bei der Sitzung zum Thema Enteignung gesagt hat. Wir können uns im Übchen auch nicht durch dieses gigantische Ablenkungsmalöver, diese Enteignungskampagne, die hier gestartet ist, gegen diesen Senat, aus Frust gegen diesen Senat, dem Sie sich jetzt zu eigen gemacht haben, keinen Sand in die Augen streuen lassen, meine Damen und Herren. Unsere Haltung haben wir dazu klar gemacht. Das ist für uns kein legitimes Mittel und auch kein Mittel, um die Wohnungskrise zu meistern. So, Enteignen sei also kein legitimes Mittel. Gut, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema meines Videos. Enteignen. Geht das? Warum sollten wir das machen? Was genau bei dieser Enteignung passieren soll, findet ihr praktischerweise auf der Webseite der Initiative. Es gibt zum Beispiel einen Beslusstext, der der Senatsverwaltung für Inneres seit November letzten Jahres vorliegt, wo gefordert wird, dass ein Gesetz zur Vergesellschaftung von Grund und Boden erarbeitet werden soll. Es gibt übrigens auch einen längeren Beslusstext, der aber wohl vom Senat nicht akzeptiert wurde, weil er zu detailliert war, was ich ziemlich absurd finde. Im Grunde sagt der Beslusstext folgendes. Eine soziale Wohnungsversorgung, wo auch Haushalte mit geringem Einkommen eine Wohnung bekommen können, ist angesichts der Dominanz privater Wohnungsunternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht und angesichts der Erfahrung, wie einfach Mietpreisbremsen umgangen werden, nicht möglich. Und das Vorverkaufsrecht schafft nur kurzfristige Lösungen. Um langfristig eine soziale Versorgung mit Wohnungen sicherzustellen, braucht es eine groß angelegte Kommunalisierung beim Wohnungsbau und vor allem auch eine Rekommunalisierung von Wohnungen, die einmal im öffentlichen Eigentum waren. Das soll bei allen Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht passieren, die mehr als 3000 Wohnungen verwalten. Und aufgeteilte Bestände über Tochterunternehmen oder dritte Unternehmen werden alle zusammengezählt, damit das nicht umgangen werden kann. Sie meinen, mit dieser 3000 Grenze werden immer noch die Grundrechte auf Eigentum und Berufsfreiheit geschützt. Mit dieser Kalkulation würden Sie dann wohl auf etwa 200.000 Wohnungen kommen, die vergesellschaftet werden können. Unternehmen, die bereits im öffentlichen oder kollektiven Besitz der MieterInnen schafft oder gemeinwirtschaftlich verwaltete Unternehmen, sollen bei dieser Vergesellschaftung ausgeschlossen sein. Die vergesellschaftlichen Wohnungen sollen zudem nach der Enteignung als Anstalt öffentlichen Rechts verwaltet werden. In deren Satzung festgehalten wird, dass die Bestände nicht privatisiert werden dürfen. Der Verwaltungsrat dafür soll aus Angestellten, MieterInnen und VertreterInnen der Stadtgesellschaft gewählt werden. Und so soll dieses Verfahren übrigens konkret ablaufen. Erstens, um einen Antrag auf ein Volksbegehren zu stellen, müssen 20.000 gültige Unterschriften innerhalb von 6 Monaten gesammelt werden. Zweitens müssen für ein Volksbegehren ca. 170.000 gültige Unterschriften innerhalb von 4 Monaten gesammelt werden. Und dann kommt es endlich zum Volksentscheid, wo die BewohnerInnen Berlins endlich abstimmen können, ob das gemacht werden soll. So, das war jetzt das Gröbste. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, wenn ich euch jetzt den ganzen Text vorlese. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das ja einfach selbst alles lesen. Grundsätzlich gibt es von KritikerInnen dieses Vorhabens eigentlich nur drei Argumente. Erstens, die Entschädigung für die Enteignung wäre zu teuer. Zweitens, diese Enteignung ist rechtlich nicht möglich. Und drittens, das löst das wahre Problem nicht und lenkt nur davon ab, dass mehr Wohnungen gebaut werden sollten. Okay, gehen wir das mal durch. Wie teuer wäre diese ganze Aktion? Die Initiatoren gehen bei einer Vergesellschaftung von etwa 200.000 Wohnungen von einer Entschädigungshöhe von 7,3 bis 12 Milliarden Euro aus. Dabei sollen aber nur 1,5 bis 2,4 Milliarden vom Landeshaushalt direkt getragen werden. Der Rest soll, wie sonst üblich beim Kauf von Immobilien, Kreditfinanziert und über 30 Jahre hinweg über bezahlbare Mieten, also maximal 30 Prozent des Einkommens, abbezahlt werden. Das klingt bei dem jetzigen Berliner Haushalt von 29,4 Milliarden Euro erstmal durchaus machbar, oder? Vor allem wenn man bedenkt, dass Berlin, nachdem der Kredit abbezahlt wurde, wieder ordentlich an diesen Wohnungen verdienen würde. Aber diese Zahlen kennen die meisten Leute nicht, denn in den Medien kursiert seit ein paar Wochen eine interne Kosteneinschätzung des Senats, wovon 36 Milliarden die Rede ist. Und auf diese Nachricht sind natürlich gleich alle aufgesprungen. Wie zum Beispiel dieser Typ von der Morgenpost, der schreibt, Zitat, Enteignen bedeutet in einer Demokratie ja nicht einfach wegnehmen, sondern angemessen entschädigen, oder im konkreten Fall wohl eher zu Marktpreisen zurückkaufen. Und Und ja, das Stichwort hier ist Marktpreis. Denn genau da gehen die beiden Einschätzungen auseinander. Die Initiative schreibt ja, Zitat, Natürlich wird das richtig teuer, wenn die ganzen Wohnungen zum derzeitigen Marktpreis zurückgekauft werden. Für so etwas wäre die Deutsche Wohnen ja sogar offen. Der Bürgermeister Michael Müller will ja gerade etwa 60.000 ehemalige GSW-Wohnungen von der Deutsche Wohnen für mindestens 7 Milliarden Euro zurückkaufen. Und das freut die natürlich, weil ihre Spekulation, ihr Hochtreiben der Marktpreise damit ja aufgegangen wäre. Berlin würde dieses ausbeuterische Verhalten der privaten Unternehmen mit diesem teuren Kauf belohnen. In der längeren Version des Beschlusses wird von der Bestimmung des Preises unter, Zitat, Besonderer Berücksichtigung des Sinns und Zwecks sowie der Entstehungsgeschichte des Artikel 15 geredet. Mit Entstehungsgeschichte ist ja gemeint, dass verstanden wird, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Dass hier Missbrauch wirtschaftlicher Macht stattgefunden hat und gerade deswegen halt nicht zu diesem daraus resultierenden Marktpreis entschädigt wird. Michael Koczycki von der Sozialistischen Alternative schreibt, Zitat, Da diese Immobilienkonzerne gigantische Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit gemacht haben, sind wir der Meinung, dass Entschädigung nur im Falle von erwiesener Bedürftigkeit und für Kleinaktionärinnen erfolgen sollte. Das würde zum Beispiel für BlackRock, den zweitgrößten Aktionär von Deutsche Wohnen, nicht zu treffen. Den über 1000 Beschäftigten von Deutsche Wohnen müssen gleichwertige Arbeitsplätze in landeseigenen Wohnungsgesellschaften garantiert werden. Zitat Ende. Und das sehe ich genauso. Warum sollten Großaktionäre von dieser Entschädigung profitieren? Das wäre ja komplett inkonsequent. Leute wie dieser Typ hier, oder scheinbar auch Michael Müller, der von den unmöglichen finanziellen Hürden der Enteignung spricht, verstehen, glaube ich, den Grundgedanken der Bürgerinitiative nicht. Sie verstehen nicht, dass es mit diesem kaputten Wohnungssystem nicht weitergehen kann. Dass die Lösung nicht sein kann, die Enteignung nach den Regeln dieses kaputten Systems durchzuführen und das System damit zu bestätigen. Und hey, es gibt inzwischen sogar ein Gutachten, was bestätigt, dass die, Zitat, festzulegende Entschädigung den Verkehrswert der vergesellschafteten Immobilien deutlich unterschreiten darf. Dieses Gutachten wurde vom Berliner Senat selbst beim Verwaltungsrechtler Rainer Goylen in Auftrag gegeben. Und das Ergebnis liegt im Senator Andreas Geisel von der SPD wohl schon seit Wochen vor. Aber darüber wird irgendwie nicht geredet. Vielleicht, weil die Erkenntnisse daraus für die SPD etwas ungünstig sind. Ich meine, es ist schon auffällig, dass aus der Berliner Koalition die Grünen und die Linken die Initiative schon offen unterstützen. Aber die SPD gerade, während ich diesen Text schreibe, eine Woche vor dem offiziellen Start der Unterschriftensammlung auf ihrem Landesparteitag beschlossen haben, nicht darüber abzustimmen, wie sie zu der Enteignungsdebatte stehen, sondern das einfach auf Herbst verschieben wollen. Was schon so wirkt, es würden sie die Debatte einfach ignorieren wollen. Und da kommen wir zu Kritikpunkt 2, dass die Enteignung rechtlich gar nicht möglich wäre. Dieses Gutachten hat nämlich, genauso wie die von der Initiative zitierten Rechtsgrundlagen, erwiesen, dass der Vergesellschaftung grundsätzlich rechtlich nichts im Wege stünde. Da ist es dann etwas irritierend, dass zum einen der Innensenator von der SPD dieses Gutachten seit Wochen auf dem Tisch hat, wo steht, wie die Enteignung rechtlich möglich wäre, aber seine Parteikollegin Frau Spranger gleichzeitig in der Presse noch behauptet, dass die Aktion mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren wäre. Und ich meine, ich bin jetzt kein Jurist und ich habe auch keine Ahnung, ob dieses Gutachten Wasser hält, aber es ist ja nicht so, als wäre in Berlin noch nie etwas enteignet worden. Laut der Taz hatten wir in den letzten sieben Jahren rund 100 kleinere Enteignungen nach Artikel 14 des Grundgesetzes zum Wohle der Allgemeinheit, von leer stehenden Grundstücken oder zum Beispiel Häusern, die einer Autobahn weichen müssten. Und auch abseits davon, die Bürgerinitiative fordert den Senat ja auch erstmal dazu auf, ein Gesetz zu erarbeiten. Das sollte ja nicht die Verantwortung dieser Bürgerinitiative sein, einen kompletten Gesetzesentwurf vorzulegen. Natürlich gibt es da noch viele offene Fragen. Und dann kommen wir zu Argument 3. Enteignungen lösen das größere Problem nicht, denn es entstehen ja keine neuen Wohnungen. Und hier würde ich mal den Enteignungskritiker Klaus Michelsen vom Wirtschaftsinstitut DIW zitieren. Der sagt, Die Freiheiten der Konzerne entstehen ja vor allem deshalb, weil der Druck am Markt so groß ist. Sie hätten ja gar nicht diese Möglichkeiten, sich so zu verhalten, wenn Mieter auf diese Machenschaften reagieren könnten und sich einfach eine andere Wohnung suchen könnten. Diese Monopolmacht oder Monopolstellung werden jetzt ausgenutzt. Zitat Ende. Ja. Diese gängige Argumentation, dass einfach mehr gebaut werden soll, ignoriert, ähnlich wie Herr Gräf, von vorhin das eigentliche Problem, was vorhin in dem Beschluss die Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte dieser Schlimmlage genannt wurde. Kurz gesagt, egal wie viele neue Wohnungen wir in Berlin bauen, die grundlegenden Probleme des Wohnungsmarktes bleiben ja bestehen. Die Deutsche Wohnen wird ihre Machtposition ausnutzen, um ihr Monopol auf diese neuen Wohnungen auszubreiten. Die gebauten Sozialwohnungen werden nach 15 Jahren wie gehabt aus der Bindung fallen und da müssen wieder neue gebaut werden. Und während das passiert, wird mit den wenigen verbleibenden Baugrundstücken spekuliert, sodass die Kaufpreise immer teurer werden und es immer schwieriger wird, überhaupt mehr zu bauen. Wie Frau Blum von der Linken sagt, Zitat, Dieses blinde Bauen adressiert ja den Missstand nicht, dass es zu wenige bezahlbare Wohnungen gibt. Berlin hat ja mehr als genug hochpreisige Mietwohnungen und teure Eigentumswohnungen oder Wohnungen, die ausländischen Investoren gehören und seit Jahren leer stehen. Um den Kern des Problems anzugehen, dass es mal fast 500.000 landeseigene Wohnungen gab, die bezahlbar waren und jetzt nicht mehr, dass Sozialwohnungen nach der sozialen Zwischennutzung verschwinden, braucht es diese Enteignung. Nur so kann wieder ein gerechtes Gleichgewicht hergestellt werden. Denn die Deutsche Wohnen und Co. werden ja ihre Machtposition mit allen Mitteln verteidigen. Das sehen wir übrigens jetzt schon. Die Ratingagentur Moody's hat nämlich verkündet, dass sie die Berliner Kreditwürdigkeit herabstufen würde, sollte der Plan mit der Enteignung durchgeführt werden. Und, was für ein Zufall, Moody's gehört zu 7% der Investmentfirma Blackrock, denen auch die Deutsche Wohnen zu 10% gehört. Die sind also schon nervös, was schön zu sehen ist und uns eigentlich nur bestärken sollte. Okay, puh, das Video wird schon wieder viel zu lang. Zum Abschluss würde ich euch noch ein Positivbeispiel zeigen, denn viele Leute, die das hier sehen, werden in diese resignierte Haltung verfallen, dass wir uns mit diesem freien Markt und der Ungleichheit zufrieden geben sollten. Dass es in Zeiten der Globalisierung, wenn man als Metropole attraktiv bleiben möchte, einfach nicht anders geht. Und dafür schauen wir uns am besten mal unsere österreichischen Nachbarn in Wien an. Dort haben sie nämlich die Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau nicht abgeschafft. Und, hey, große Überraschung, dort sind immer noch 60% aller österreichischen Mietwohnungen entweder in öffentlicher Hand oder gehören Genossenschaften. Dort sind die Mieten noch bezahlbar. Und Förderprogramme für Sozialwohnungen haben dieses Problem der sozialen Zwischennutzung nicht. Eine soziale Wohnung bleibt eine soziale Wohnung. Wir müssen halt zurück zu dieser Gemeinnützigkeit, die wir in den 90ern weggeworfen haben. Wir müssen halt mal den Mut haben zu sagen, das waren schlechte Entscheidungen und jetzt, wo jede fünfte Person in Deutschland armutsgefährdet ist und sich die Zahl der Wohnungslosen in 10 Jahren mehr als verdreifacht hat, wäre es doch mal eine Zeit, über Wege nachzudenken, wie wir diese Privatisierung rückgängig machen können. Dafür müssen wir als Gesellschaft halt mal konsequent sagen, mit Wohnraum wird nicht spekuliert. Wohnen ist ein Grundrecht. Es ist unverantwortlich, Leben zu zerstören, nur um immer größere Dividenden an Aktionäre auszuzahlen. Es ist unverantwortlich, weiterhin zu erlauben, dass so Firmen wie Vonovia, der größte Vermietungskonzern Europas, von jedem Euro Miete in Deutschland schon 38% an ihre Aktionäre fließen lässt und denen weiterhin Wachstum verspricht. Also es ist doch eigentlich ganz einfach. Wie die Leute von der Enteignen-Initiative schreiben, wir wollen einfach unsere Häuser zurück. Das sollte doch nicht so kontrovers sein. So, das ist also linke Politik. Ich habe das Video gemacht, um euch auf die Initiative aufmerksam zu machen, weil die erste Unterschriftensammlung, wo diese 20.000-Unterschriften-Hürde geknackt werden muss, am 6. April am Alexanderplatz starten wird. Und wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr euch einfach auf deren Seite anmelden. Also sagt das allen Freunden und Bekannten, wir brauchen 20.000 Unterschriften und ich denke, das ist machbar. Ich würde mich gerne bei dem Twitter-User AdTrialByCumquat bedanken und bei Gin Tonic und Dirk, die alle meinen Text gegengelesen haben und ohne deren Feedback das hier alles noch verwirrender gewesen wäre. Außerdem dieses Mal auch ein Shoutout an Sebastian Motzheim, der die Musik, die ihr hier gerade hört, gemacht hat. Schaut auch mal auf seinen Kanal, der macht da sehr gute Video-Essays. Kann ich nur empfehlen. Und wie immer möchte ich mich auch bei meinen Steady-Supportern bedanken, die ihr hier gerade seht. Wenn ihr mir helfen wollt, mehr von diesen Videos zu machen, könnt ihr das dort tun. Für nur 1 Euro im Monat könnt ihr da auch Bonus-Videos freischalten. Okay, das war's. Macht's gut.